70.000 Euro Jahresgehalt und Sicherheit oder ein Risiko eingehen und ein Unternehmen gründen. Welchen Weg würdest du einschlagen? Eines meiner letzten Videos, ich habe meinen Job gekündigt, meinen sicheren Job als Ingenieur und bin Unternehmer geworden. Kam richtig gut an, deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier ein Update dazu zu drehen. Angestellter versus Unternehmer, beides hat seine Vor- und Nachteile und hängt natürlich auch extrem stark mit dem jeweiligen Persönlichkeitstyp zusammen. In diesem Video teile ich meine Erfahrungen zu dem ganzen Thema, um dir gegebenenfalls eine Entscheidungshilfe zu geben, auch was für dich der richtige Weg ist. Es gibt so zwei Grundsätze, die eigentlich relativ nice sind, an die man sich halten könnte, sollte. Der erste ist, take the risk when you are young. Der zweite ist, you have so many opportunities, choose one. Also wenn du so viele Möglichkeiten hast und du committest dich auf eine und du bist ein guter Typ, wirst du erfolgreich. Aber wenn du zehn Sachen, Optionen hast, du weißt nicht, welches die richtige ist, du fängst damit, damit, damit an, dann kommst du halt nie an. So, jetzt erzähle ich euch mal chronologisch den Ablauf, wie bei mir das alles so abgelaufen ist, was bei mir so die Schritte waren und warum ich meinen Mega-Job als Ingenieur, als junger Ingenieur an den Nagel gehängt habe, um Unternehmer zu werden. Wie bei mir alles angefangen hat, ich erzähle jetzt mal die Reise. 2011 habe ich mein Abi gemacht und zwar im Maschinenbaugymnasium oder technisches Gymnasium und da hat sich schon das große Interesse so gezeigt. Also nicht entwickelt, ich hatte schon immer Interesse, aber es hat sich so gezeigt, dass es voll mein Ding ist, auch an den Noten und so weiter, technische Sachen, das ist voll mein Ding. Dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, auch ein Maschinenbaustudium anzufangen. Das habe ich auch durchgezogen und zwar an einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, DHBW, wer es kennt. Da gibt es nämlich schon Gehalt ab dem ersten Semester, das fand ich sehr ansprechend und während dem Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Man ist so ein bisschen in der Uni drin und ein bisschen in der Firma. Immer in den Firmenabteilungen durchläuft man verschiedene Bereiche, sodass man auch nicht nur eine Sache kennenlernt in einem großen Maschinenbauunternehmen, sondern ganz viele Bereiche. Und man hat auch ein bisschen einen Einfluss drauf, wo man hin will. Dann kann man den Bereich, den Bereich und so weiter lernen. Und das größte Learning des Studiums war, komplexe Probleme mit möglichst wenig Aufwand in möglichst kurzer Zeit zu lösen. Und das ist definitiv ein Skill, den ich heute noch oft brauche. Und die ganzen Maschinenbausachen, die brauche ich heute eigentlich nicht. Meine ersten Erfahrungen nach dem Studium waren dann die, also erstmal die erste Erfahrung vor dem Arbeiten war die, es war gar nicht so einfach durch das Studium durchzukommen. Also wenn man Maschinenbau studiert, heißt das noch lange nicht, dass man am Ende ankommt. Und gerade auch im dualen Studium hat man nochmal ein paar mehr Hürden vor sich, weil das Thema ist, es ist nicht schiebbar. Bei der Uni kannst du die Klausuren schieben, wenn du nicht gelernt hast, aufs nächste Semester und so weiter. Da kenne ich mich nicht genau im Detail aus, aber man ist flexibel. Im dualen Studium ist man nicht flexibel, da gibt es einen straffen Zeitplan, an den man sich halten muss. Wenn man es nicht schafft, zu dem Zeitpunkt abzuliefern, an dem man muss, gibt es so ein, zwei Joker, aber wenn man die nicht mehr hat, dann war es das. Dementsprechend ist es sehr hart, da am Ziel anzukommen. Es sind viele rausgeflogen während der Reise und ich bin echt stolz darauf, dass ich durchgezogen habe, ob es mir hinterher dann wirklich auch was gebracht hat oder nicht. Das weiß ich nicht so genau, aber ich habe es geschafft. Der Alltag dann nach dem Studium als Konstruktionsingenieur war relativ eintönig. Also es war schon cool, hat auch Spaß gemacht, aber halt immer das Gleiche. So 9 to 5, man ist morgens im Office, hat so sein Meeting jeden Tag, dann macht man so sein Zeug und so weiter und kommt dann am Ende vom Tag fertig, ist man dann durch, kommt dann nach Hause. Vom Stresslevel her gibt es halt ab und zu Deadlines, die man einhalten muss, aber das hat halt jeder selber ein bisschen im Griff, wie kurz auf Knopfdruck oder kurz auf knapp man da alles macht. Dementsprechend vom Stresslevel her relativ überschaubar, aber auch von dem Chancenpotenzial auch relativ überschaubar. Es gibt halt immer so Gehaltsstufen, das ist schon quasi vorher in Stein gemeißelt, mehr oder weniger, wann man wie viel bekommt, wann man aufsteigt, IGM-Metallerhöhungen und so weiter. Das ist schon alles relativ gut geregelt, aber die Upside-Potenziale sind relativ überschaubar. Natürlich gibt es auch Vorstandsebenen in solchen Firmen, aber da gibt es auch relativ wenige, die davon profitieren. Andersrum, was auch noch cool war, ich habe in der Zeit zwei Patente anmelden dürfen. Ich packe mal die, wer sich da auskennen, die Patentnummern. Ich habe die hier mal aufgerufen, die sind tatsächlich noch eingetragen. Die packe ich mal in die Videobeschreibung rein. Vielleicht kennt ihr euch ja mit Patenten aus und wollt es euch mal anschauen. Also es tut absolut nichts zur Sache beim Immobilenthema, aber guckt es euch mal an, wenn ihr wollt. Meine Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, also die kenne ich ja schon ewig. Wir haben uns damals auch schon privat immer gekannt und viel miteinander getan, hatten aber noch keine gemeinsame Firma. Und alle hatten so ein bisschen das gleiche Bedürfnis, hey, wir wollen was Eigenes aufbauen. Und haben dann dementsprechend ein bisschen uns links, rechts umgeschaut und uns dann dafür auch entschieden, nebenberuflich eine Nudelfirma aufzubauen. Und das hat sich so ergeben dann, dass es dann Nudeln und das Flagship-Produkt waren. Am Anfang gab es noch ein paar andere Sachen. Aber das ist zu detailliert und würde jetzt den Rahmen sprengen an der Stelle, wenn ich da auf Details eingehe. Aber wir haben verschiedene Skills. Vier Leute, ein ITler, BWL, technisch, technisch. Das ist unsere Background. Und wir haben uns immer zusammengetan, haben gebrainstormt einmal die Woche. Was machen wir jetzt? Also wir wollen eine Firma gründen, in welchem Bereich soll die sein? Was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns für Healthy Nutrition entschieden, aber keine Supplements. War eigentlich damals zurückblickend ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Da gab es noch nicht mal Quinoa im Laden, also nicht mal in den Drogeriemärkten. Das muss man schon irgendwo speziell sich organisieren. Mittlerweile gibt es das in jedem Discounter. Während des ganzen Themas mit den Nudeln haben wir uns mit vielen Unternehmern getroffen, Investoren. Wir waren auch auf den ersten Messen als Aussteller aktiv. Teilweise so klein, teilweise ein bisschen größere Aktionen. Und da haben wir natürlich sehr viele Unternehmer kennenlernen dürfen, wo wir auch gesehen haben, hey, die haben ja alle Immobilien. Vielleicht sollten wir uns auch mal mit dem Thema beschäftigen. Und so kam es dann, dass wir uns mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt haben und auch dann dafür für den ersten Ankauf einer Wohnimmobilie uns entschieden haben. Das war dann 2016, als wir die ersten Wohnungen in den Bestand gekauft haben. Das Ganze haben wir dann wieder im Team gemacht. Also ich habe damals den Deal auf dem Tisch gehabt, habe überlegt, ob ich das allein jetzt mache oder nicht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das mal anzusprechen in der Runde. Und dann haben wir eine GbR gegründet und auf privater Ebene Immobilienbestand aufgebaut. Das war eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt auch wieder vom Timing her. Und die Zinsen waren gut, die Immobilienpreise waren damals immer schon zu teuer. Also solange ich mich schon mit Immobilien beschäftige, es war immer zu teuer. Egal mit wem du redest, oh, die Immobilien sind zu teuer. Das ist wohl schon immer so gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt, vom vor 30 Jahren Zeitpunkt, die Situationsbetrachtung Tag heute, es ist zu teuer. Parallel dazu haben wir uns dann auch irgendwann mit dem Firmenverkauf beschäftigt, von der Nudelfirma, weil das dann doch nicht so ganz unsere Passion war. Und wir gesagt haben, hey, wir wollen uns lieber auf Immobilienvollzeit konzentrieren, haben dann uns nach einem Käufer umgeschaut und haben tatsächlich auch einen gefunden, haben die Firma dann verkauft, erfolgreich, und uns Vollzeit dem Immobiliengeschäft gewidmet. Das heißt, erst mal die Vermietungsgeschichten weiterhin parallel aufgebaut und dann aber auch noch in einer anderen Gesellschaft so kurzfristige Investments getätigt, was Buy and Hold angeht, privat, was Fix and Flip angeht, in einer GmbH. Das waren so die Strukturen, die wir hatten. Und während der ganzen Zeit im Hintergrund war natürlich noch das Angestelltenverhältnis. Das war wichtig und richtig für die Immobilienfinanzierung, weil bei Immobilien kannst du entweder mit Eigenkapital alles zahlen oder du finanzierst das. Wenn du es finanzierst, brauchst du einen gewissen Eigenkapitalanteil oder Ersatzsicherheiten oder eine sehr gute Bonität bei der Bank, welche als Ingenieur natürlich gewährleistet ist. Dementsprechend kommt es natürlich immer auf deine persönliche Situation drauf an, wie wichtig und wie hebellastig oder wie hebelig, wie groß der Hebel ist von einem Einkommen für dich, um weiter zu finanzieren. Für manche ist es nicht so wichtig, für andere ist es wichtig. Musst du auf deine persönliche Situation hinweg entscheiden, vielleicht auch mal mit einem Banker oder einem Finanzierungsberater reden oder Honorarberatung buchen irgendwo, um halt mal so ein bisschen eine Strategy auszuarbeiten, damit du weißt, was für dich persönlich der schlauste Weg ist, was das persönliche Anstellungsverhältnis angeht. Während der Zeit, wo dann der Ingenieursjob weg war, die Immobilienhandelsgeschichte zugenommen hat und auch die andere Firma, die Nudelfirma weg war, habe ich mich dann auch mit dem Thema Networking extrem auseinandergesetzt, weil wir haben ja damals schon mit der Nudelfirma viele Leute kennengelernt, Investoren, Unternehmer aus allen Ebenen und auch teilweise enge Kontakte mit denen gepflegt, dass die sozusagen, wie man im modernen Sprachgebrauch sagt, dass die dann auch teilweise mein Mentor waren. Und dementsprechend hat man sich dann auch mit weiteren Themen beschäftigt und erkannt, dass Networking ein großer Hebel zum Erfolg sein kann. Und beim Social-Media-Bereich habe ich mich explizit bisher auf die Immobiliennische fokussiert, um da ein bisschen auch eine Extrawurst zu bekommen bei Messen, Events und so weiter, was sich auch echt gut ausgezahlt hat, muss ich sagen. Aber natürlich kann man auch nicht überall hingehen, wo man eine Chance dazu hat, sondern ich fokussiere mich überwiegend auf zwei Veranstaltungen im Jahr und gehe gezielt auf Leute und Kontakte zu, die ich gerne dann kennenlerne und mit denen ich mich gerne treffen möchte. Im Jahr 2021, also heute haben wir 2024, haben wir dann die Firma 7 Plus Club ins Leben gerufen, was aktuell mein Zugpferd und auch mein Fokusprojekt ist. Das frisst sehr viel Zeit und Aufwand, aber da bin ich auch sehr dankbar darum, dass wir den Schritt gemacht haben, die Firma zum Gründen damals. Da geht es darum, das ist eine Off-Market-Immobilientransaktionsplattform, da bringen wir institutionelle Investoren und Verkäufer oder Investoren und Investoren, der eine verkauft den anderen und so weiter, zusammen. Und das ist ein Subscription-Based SaaS-Modell, wo die ganzen Immobilienakteure miteinander interagieren können. Der Grundbaustein dafür war damals eine zufällige Vermittlung, die ich tätigen konnte als Tippgeber. Ein größeres Projekt war das, wo dann eben auch der Proof-of-Concept da war. Hey, im Immobilientransaction-Bereich, wenn du die richtigen Leute kennst und einfach mal so ein paar Schieberchen von links nach rechts richtig schiebst, dann funktioniert das Ganze ganz gut, was den Umsatz angeht. Das war der Grundbaustein, der Proof-of-Concept auch für unseren IT-Kollegen, weil wir brauchen immer ein Proof-of-Concept, weil Programme und Webseiten für die Cards haben wir genug programmiert. Aber wenn der Proof-of-Concept da ist und die Überzeugung von allen und wir das dann umgesetzt haben, dann war es immer relativ smart und auch von allen gewollt. Und dementsprechend 7 Plus Club war so ein Projekt, was wir dann 2021 gegründet, umgesetzt haben. Wir haben sogar 20 schon ein bisschen angefangen rumzuwurschteln, 2021 dann gegründet haben in einer separaten Firma, alles schön getrennt voneinander. Und das war auch ein richtiger Schritt, das alles schön zu trennen. Da gibt es keine Verwurschtelungen. Und das Ganze läuft eigentlich bisher sukzessive immer besser. Wir haben gute Messepräsenzen auf der Expo Real, auf der MiePim. Wir haben einige Mitarbeiter, ein tolles Team. Grüße gehen raus und wachsen da langsam, aber sicher und verfolgen unsere Ziele. Meine aktuellen Erkenntnisse aus den ganzen Projekten sind die, die Lernkurve als Unternehmer ist halt viel steiler wie Schule, Uni. Also man lernt halt viel mehr. Auf der anderen Seite hat man auch viel mehr Pain auch. Weil es gibt halt immer wieder Momente, wo man sich die Frage stellt, bin ich gut genug, mache ich das richtig hier, funktioniert mein Projekt überhaupt. Zu Selbstzweifel ist der größte Feind, würde ich mal behaupten, von meiner Seite aus, dass man auch mal drüber nachdenkt, ob das der richtige Weg war. Aber immer wieder, wenn es mal schlecht läuft oder mental einen belastet, kommt auch wieder ein besserer Zeitpunkt. Da redet halt keiner drüber, aber das kann mir auch keiner erzählen, dass man immer morgens aufwacht und denkt so, boah geil, es läuft so gut, meine Firma ist so nice, ich habe gar keine Risiken, ich habe gar keinen Stress. In zehn Jahren, es läuft immer noch so wie jetzt und so weiter. Das ist auf der einen Seite die Euphorie eines Unternehmers, es ist der größte Erfolgstreiber, aber auch der größte Misserfolgstreiber. Weil wenn das Schiff schon kurz vorm Sinken ist und man immer noch dran glaubt und noch weiter rein investiert, Geld und Hassel, und es eh nichts mehr bringt, da muss man dann halt auch rechtzeitig manchmal die Reißleine ziehen. Und das ist so das, was ich gelernt habe, was das Unternehmerische angeht. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die sagen zum Beispiel, hey, ich bin einfach kein Unternehmer, ich will einfach nur glücklich sein, Spaß am Leben haben, für mich passt es, wenn ich angestellt bin und so weiter. Das sagt mir aus, ja, jeder muss persönlich für sich entscheiden, was ist für mich der richtige Weg, was nicht. Will ich morgens aufstehen und die Verantwortung haben? Will ich morgens aufstehen und will irgendwo hingehen und arbeiten? Hat man nicht so eine Verantwortung? Natürlich hat man auch eine Verantwortung, aber nicht so eine krasse für andere Leute dann mit, sondern erstmal nur für sich. Und das ist für manche auch total fein. Und ich verurteile auch keine Entscheidung. Jeder muss einfach für sich selber entscheiden, welcher ist der Weg, den du gehen willst. Praktische Tipps und Tricks zur Unternehmensgründung habe ich natürlich auch ein paar parat. Ich kenne sehr wenige Leute, die langfristig mit anderen zusammenarbeiten und ein gleiches Team haben, mit dem sie agieren. Ich bin da sehr dankbar darum, dass ich so ein gutes Team habe. Also wir vier arbeiten seit 2014, seit der ersten Firmengründung, ohne große Streitereien zusammen. Natürlich gibt es mal eine Diskussion, aber wenn es eine Diskussion gibt, dann ist die immer begründet und nicht einfach so rumgezicke oder irgendeinen Quatsch oder der gönnt dem nichts oder der war jetzt mal länger im Urlaub oder sonst was. Wenn du anfängst aufzurechnen, dann ist es vorbei. Also man darf nicht sagen so, hey, ich habe jetzt so viel beigetragen zu dem Deal und so viel, deswegen kriege ich jetzt hier X, Y. Nein, man muss einfach einmal was ausmachen, dann läuft es so und man rupft das nicht mehr voneinander und diskutiert nicht um solche banalen Dinge, sondern konzentriert sich auf den gemeinsamen unternehmerischen Fortschrittpunkt. Wenn es dann irgendwelche Diskussionen gibt, wer was gemacht hat, wie viel, wer wo, wann, wie was, dann ist es vorbei. Das ist so eigentlich der einzige Punkt, den ich zu dem Thema mitgeben wollte an euch, weil ich echt oft jetzt schon beobachtet habe, Pläne von Leuten, die zusammen eine Firma gründen wollen. Das funktioniert bis zu einem Zeitpunkt dann nicht mehr. Dann macht einer es alleine. Auch die, die es alleine machen, können erfolgreich werden, aber ich finde es voll geil, ein Team zu haben. Es macht einfach Spaß, gemeinsam so, ja, auch mal abzuchecken, mal, hey, wir haben es geschafft, ein geiler Deal und sonst was. Das macht mir halt mehr Spaß, wie wenn ich jetzt alleine das Doppelte verdienen würde. Es muss jeder halt auch wieder für sich entscheiden, aber für mich gilt auf jeden Fall, der Weg ist das Ziel. Ich bin immer noch relativ jung, alle anderen von mir sind auch relativ jung. Wir haben eine gemeinsame Vision, an der wir zusammen arbeiten, verstehen uns gut und das ist mir lieber so, wie wenn ich alleine mein eigenes Süppchen mit Ellenbogen ausfahren koche und links und rechts ohne Rücksicht auf Verluste mich durchs Leben schlage. Ich habe da echt, eigentlich sehr keinen Bock drauf, so bin ich nicht von der Art her. Es gibt aber natürlich Leute, die sagen, ich bin der Einzelkämpfer und mir ist alles andere egal und ich will Ruhm und Ehre und alle anderen jucken mich nicht. Okay, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Das Fazit zu dem ganzen Thema ist, für mich, wenn du eine gute Grundausbildung hast, dann ist die Fallhöhe in Deutschland immer überschaubar. Also das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob du unternehmerisch was machen willst, ein Projekt starten willst oder nicht, du musst immer auch die Ausstiegskosten berücksichtigen. Also was kostet es mich, wenn ich aufhöre? Im Worst Case, wenn man halt mal eine Insolvenz anmelden muss, wenn es schief läuft oder eine Liquidation von einer Firma, dann kann man immer noch wieder, ich kann immer wieder als Ingenieur arbeiten zum Beispiel. Ich habe aber keinen mit dem Ingenieurstudium gehabt hätte, könnte ich das nicht. Aber dafür hätte ich halt drei Jahre mehr Zeit gehabt, unternehmerisch zu agieren. Vielleicht wäre ich nie auf die Idee gekommen oder so. Das kann alles passieren. Dementsprechend kenne ich mal die Fallhöhe. Natürlich nicht so arg mit dem Plan B beschäftigen, aber man muss schon halt wissen, worauf man sich einlässt. Sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren, ob ihr die Muße habt oder die Mut, ein Unternehmen zu gründen in Vollzeit oder in Teilzeit. Würdest du sagen so, hey, ich mache mein Ding und mache nebenher, fange ich an. Wenn es läuft, dann switche ich rüber. Oder bist du eher so der Typ, ciao, hallo, ich springe ins kalte Wasser und fange jetzt an mit etwas Neuem, ohne zu gucken, was eigentlich passiert, ohne Rücksicht auf Verluste, voll rein und hast das Selbstvertrauen, dass du das machen kannst. Hauptsache, man kann immer gut schlafen, oder? Lasst mir ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat und ich wünsche euch viel Erfolg und bin gespannt auf eure Kommentare.